Mulle Meck sammelt Dinge und Teile. Das hat er schon als Kind getan. Das ist die Geschichte, in der er eine Uhr baut, um zu lernen, wie die Uhr und die Zeit funktionieren. Sein Hund Buffer und die kleine Maus Mikro helfen ihm dabei. Ein neuer Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Was ist ein Tag? Womit verbringen wir unsere Zeit während des Tages? Schauen wir mal nach. Es ist Zeit zum Aufstehen. Wir wollen doch nicht den ganzen Tag verschlafen. Während wir etwas tun, geht der Tag vorüber und auch die Zeit geht mit ihm vorbei. Die Zeit ist wie ein Fluss, der Tag und Nacht fließt. Nun ist es schon Abend. Das bedeutet, dass es Zeit zum Abendessen ist. Sogar wenn wir schlafen, bleibt die Zeit nicht stehen. Irgendwann entschieden die Menschen, dass Zeit gemessen werden sollte. Denn wenn man weiß, wie spät es jetzt ist, kann man ein Treffen vereinbaren. Und man weiß, wie viel Zeit einem noch bleibt, bis es dunkel wird und wann man losfahren sollte. So entstand das erste Uhrwerk. Natürlich kann Zeit auch in Tagen gemessen werden, aber ein ganzer Tag ist zu lang. So wurde der Tag in verschiedene Teile eingeteilt. Und jedes Teil nennt man eine Stunde. Das kann man in einer Stunde machen. Viele Dinge. Mit der Stunde erschien der Stundenzeiger. Er misst die Zeit, in dem er sich ständig bewegt. Versuche, den Pfeil zu drehen und schau, wann die Sonne wieder aufgeht. Der Pfeil ist eine Stunde. einmal ganz im Kreis gegangen. Aber noch ist kein neuer Tag angebrochen. Und da ist die Sonne. Also muss der Pfeil zwei Runden drehen, bis ein neuer Tag anbricht. Okay, sammeln wir jetzt eine richtige Uhr zusammen. Dieser Kreis heißt Ziffernblatt, denn es sind Zahlen darauf. Diese Zahlen braucht man, um Stunden zu markieren. Schau, die Maus Mikro möchte, dass du den Stundenzeiger einsetzt. Er zeigt auf eine Zahl auf dem Ziffernblatt und zeigt an, welche Stunde gerade ist. Wohin zeigt der Zeiger jetzt? Großartig! Und jetzt? Genau! Genau so! Und das ist die Einteilung für die Minuten. Fügen wir auch diese hinzu. Setzen wir den Minutenzeiger ein. Er zeigt auf seine eigene Einteilung. Und der Stundenzeiger zeigt auf die Stundeneinteilung. Oh, ich hab dir ja noch gar nicht erzählt, was eine Minute ist. Das ist viel weniger als eine Stunde. Eine Stunde hat 60 Minuten. In einer Minute kannst du deine Zähne putzen. Aber eigentlich ist es besser, wenn du dir drei Minuten lang die Zähne putzt. Versuche, den Minutenzeiger zu bewegen. Schau, es sind 30 Minuten vergangen. Das ist eine halbe Stunde. Beide Zeiger messen dieselbe Zeit, aber der Minutenzeiger zeigt diese viel genauer an. Jetzt zeigt die Uhr 12 Stunden und 30 Minuten. Wir nennen das Halb 1. Versuche, den Minutenzeiger weiter zu bewegen. Auch welche Zahl zeigt der Minutenzeiger? Großartig! Und jetzt? Richtig! Genau! Ganz genau! Auf welche Zahl zeigt der Stundenzeiger? Und wie viele Minuten? Großartig! Die Uhr verrät uns also, dass es 3 Uhr und 10 Minuten sind. Oder 10 Minuten nach 3. Üben wir noch etwas weiter. Wie spät ist es jetzt? Schau, Buffer gibt dir einen Hinweis. Richtig! 3 Stunden und 30 Minuten. Halb 4. Schau, der Stundenzeiger ist fast bei der 4. Der Minutenzeiger zeigt auf die 50. Die vierte Stunde ist noch nicht ganz vorüber. Ganz genau! Richtig! Versuchen wir es jetzt andersherum. Schau dir die Digitaluhr an. Sie zeigt eine Stunde und 15 Minuten an. 15 Minuten nach eins. Oder Viertel nach eins. Kannst du die selbe Zeit auf der Analoguhr einstellen? Schauen wir uns jetzt die Antwort an. Gute Arbeit! Mal schauen, wie du das machst. Unglaublich! Du hast alles so schnell gelernt. Nun ist es Zeit zum Erinnern. Und jetzt? Gute Arbeit! Genau! Wow!